Herzlich Willkommen im K40-Keller! Schon wieder ein paar Tage her. Ich muss mich entschuldigen. Ich wäre schon gerne früher mit einem neuen Video für die K40 Gantry in den Start gegangen. Aber ich war ein bisschen krank, bin es noch. Aber heute habe ich mir gedacht, jetzt geht es ein bisschen besser. Oh, doch mal eben die Kamera anschmeißen. Und abschließend, bevor denn das Projekt endlich gänzlich veröffentlicht wird, über die K40 Gantry sprechen. Gebaut habe ich sie. Ich zeige es dir gleich mal kurz im Detail. Und ich muss jetzt einfach mal das nochmal erklären, weil das haben wir bei Facebook, hier über YouTube, auf dem Discord-Server, bei Instagram, überall so viele Leute gefragt, wann wird sie veröffentlicht, wann kann ich mir endlich die Daten runterladen. Und ich habe das glaube ich auch kommuniziert, aber ich sage es halt gerne nochmal. Natürlich muss man das erstmal selbst bauen und selbst versuchen und gucken, passt es auch alles. Ich habe zum Beispiel, ich kann das gleich mal einblenden, eine wunderbare bebilderte Bauanleitung gemacht. So Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, dass man eigentlich nichts falsch machen kann und alles gut nachbauen kann. Und da sind dann auch noch im Nachhinein Fehler wieder aufgetaucht und so Kleinigkeiten halt. Irgendwie Schraubengrößen, die nicht gepasst haben oder so. Ja und damit das dann nicht, wenn es veröffentlicht wird, zu tausend Fragen und Problemen kommt, macht es ja Sinn, das halt vorher selbst zu testen. Jetzt bin ich halt hergegangen und habe die Gentry erstmal nicht im K40 gebaut, sondern habe die einfach hier vor mich hingestellt und gebaut. Und der nächste Schritt ist natürlich und das so würde ich es gerne machen, die Gentry in den K40 bauen, so wie es eigentlich gedacht ist und davon auch ein Video machen, damit man auch nochmal so ein paar Kniffe zeigt. Zum Beispiel, wenn man den Kopf aufschraubt, also den Kopfhalter, wie man das mit einem Riemen macht und so. Ich wechsle mal eben die Kameraperspektive, dann sieht man es vielleicht besser. So ein paar Kniffe sind halt, wenn man die Gentry im K40 aufbaut, hier der Riemen, wie der hier unten zusammengeführt, wie man das aufsetzt und so Kleinigkeiten halt. Das kann man glaube ich in so einem Erklärvideo ein bisschen besser zeigen, so und so habe ich das gebaut. Und ganz wichtig natürlich auch das Ding, wir veröffentlichen ja nicht nur die Druckdaten, sondern das gesamte Modell, die Steppdateien, dass man auch unter Umständen Änderungen vornehmen kann. Weil das Geniale an der Gentry ist halt, je nachdem wie man seinen K40 umbauen will, wenn man den original Bauraum lassen möchte, also quasi diese Trennwand nicht rausnehmen möchte, dann baut man sie so klein. Wenn man sagt, ich will sie größer haben, weil ich den K40 komplett ausschlachten will, Netze nach außen und was auch immer. Ganz einfach, dann braucht man aber nur die Profile für die X-Achse verlängern und längere Linearschienen, längere Schleppkette und Zahnriemen und längere Welle. Also jeweils das einfach nur in der X-Achse verlängern, kann man tierisch gesehen beliebig lang machen. Ist halt sehr modular, total genial. Dann kann man sich austoben und jemand, der ein bisschen pfiffig ist, baut sich aus dem ganzen Ding auch einen komplett eigenen Laser. Wie jeder möchte. Und da wollte ich einfach nur ganz kurz mal eben sagen, also es wird jetzt nicht mehr so lange dauern. Ich bin ein paar Tage ausgefallen, kann ich halt nicht erinnern, wenn man krank ist, ist man krank. Und man hat ja auch noch ein Leben. Dann müsst ihr euch halt ein bisschen gedulden, so einfach ist das. Und weil so viele gefragt haben, ob es was Neues zum Kellerbord gibt. Ja, in der Tat gibt es da Neuigkeiten. Heute müsste per Post eigentlich noch was dafür eintreffen. Ich hoffe, es ist alles rechtzeitig da, weil ich das Kellerbord ja hier mit in Betrieb nehmen möchte. Zum Beispiel, so wie das Kellerbord rauskommen soll, da wird es dann auch ein fertig konfektioniertes Kabel geben, direkt fürs Netzteil. Das will ich alles mal erproben, ob das auch alles so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Und dann muss es einfach ein Stresstest unterzogen werden. Aber naja, wie gesagt, man hat auch noch ein Leben und geht nicht immer so schnell, wie man es gerne hätte. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ne, weiß ich nicht. Heute habe ich Geburtstag. Also wenn er wohl, lasst mir Glückwünsche da. Freue ich mich natürlich. Man wird älter. Und ja, ganz kurz. Ich hole mal eben was. Kleiner Teaser. Moment. Ich habe da Post gekriegt. Vor vielen Wochen habe ich die Firma Xtool angeschrieben und gefragt, ob ich denn nicht einer von deren Lesern mal ausprobieren möchte und da mal ein Video zu machen möchte. Habe ich natürlich Ja gesagt. Wäre ich ja schön doof, finde ich. Und ich kann so viel spoilern, wenn das Video online kommt, dann wird ein so ein Gerät verlost. Also vielleicht ein Abo da lassen, dann verpasst das nicht. Kann ja nicht schaden. Ich bin auf das Gerät gespannt. So, jetzt haben wir alles. Ich werde zusehen, dass ich gänzlich fit werde. Weil wie gesagt, ich bin nicht 100% auf der Höhe. Vielleicht wegpassen wir auch ran. Weiß ich ja nicht. Keine Ahnung. Und wenn ich dann wieder voller Energie bin, dann geht es darum, dann wird die Gentry komplett wieder auseinander gebaut. Dann baue ich sie in den K40. Ich filme das Ganze. Kommen die Videos. Aber es kann jetzt nicht mehr lange dauern. Es sollte eigentlich alles schon fertig sein. Aber manchmal läuft es halt anders. Ich sage erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konnte meinem Kauderwelsch folgen. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin endlich doch am Arsch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.